Guten Morgen, hier ist die Selly. Okay, was heißt Guten Morgen? Es ist, ja, kurz eins. Dieser Zug hier ist defekt. Ich bin am Leipziger Hauptbahnhof. Das ist eigentlich der Zug, mit dem ich weiterfahren würde nach Chemnitz. Chemnitz, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ich denke mal, so mit gleichem österreichischen Dialekt. Akzept? Chemnitz? Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich eben schon ganz elegant am Berliner Hauptbahnhof mein ICE verpasst. Konnte 34 Euro löhnen, damit ich einen anderen fahren kann. Ja, jetzt komme ich eine Stunde später an. Ja, wir steigen nicht ein. Ja, gerade eine Durchsage. In diesen Zug nicht einsteigen. Der Zug ist defekt. Das heißt, da wird wieder ewig. Ein anderer Zug hier irgendwie. Das wird wieder lustig. Ich werde wieder sämtliche Züge verpassen. Wahrscheinlich um, keine Ahnung, fünf Minuten vor Einlass in Anderberg auftauchen. Musste ich mich ja noch einchecken. Das wird wunderbar. Ja, ich werde es. Man wird zu alt für so etwas. Jetzt kommt langsam die Zeit. Ich glaube, das ist meine letzte Tour, die ich mitgekommen habe. Ja, wir fahren die anderen Zug ab. Der hier bleibt stehen. Das ist wunderbar. Ich hoffe, dass ich heute noch anfange. Irgendwie kommt schon mal. Tschau.